Wie können wir so mit künstlicher Intelligenz umgehen, dass sie unsere Demokratie stärkt statt gefährdet? Wie verwirklichen wir eine Energiewende, die nicht nur technisch funktioniert, sondern auch von allen unterstützt wird? Und wie können wir Roboter so in unseren Alltag einbinden, dass uns mehr Zeit für Zwischenmenschliches bleibt? Das sind einige der Fragen, mit denen sich Expertinnen und Experten für Technikfolgenabschätzung am ITAS üblicherweise beschäftigen. Sie haben eines gemeinsam. Die Fragen stellen sich dort, wo Technikentwicklung auf Gesellschaft trifft. Deshalb brauchen wir für die Beantwortung dieser Fragen mehr als nur wissenschaftliche Expertise. Wir brauchen auch die Perspektive derjenigen, die im Alltag neue Technologien verwenden oder von ihrer Anwendung direkt betroffen sind. Genau hier setzt unsere neue Forschungsinfrastruktur KAL 9 an. Das Wissenschaftslokal für Technik und Gesellschaft bietet mitten in der Karlsruher Innenstadt einen Raum, in dem Forschende mit Menschen ins Gespräch kommen, die sich für unsere Arbeit und ihre Ergebnisse interessieren. Wichtig ist uns in KAL 9 der Austausch auf Augenhöhe mit Vertreterinnen von Politik, Wirtschaft und aus der Verwaltung, aber insbesondere der Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich. Durch das große Schaufenster kann jede und jeder, der vorbeikommt, direkt sehen, was im Inneren gerade los ist. Hier finden kleine Workshops, Diskussionsformate und Vorträge in lockerem Rahmen statt. Neben vielfältigen Events laden wir Neugierige ein, zu regelmäßigen Öffnungszeiten in KAL 9 vorbeizuschauen und sich zu informieren. Mitmach-Exponate erklären die vielfältigen Forschungsthemen des ITES und Forschende stehen für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Das Wissenschaftslokal KAL 9 ist der Ort für einen engen und wertschätzenden Austausch. Es ermöglicht Stadtgesellschaft und Forschenden in Karlsruhe, zusammen über die Zukunft von Technologie nachzudenken. Die iste photoshopal KAL 9 ciudde. Und dann nächste das es